ja 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 spontan entschlossen um zu bringen und ich habe die falsche taste gedrückt und ist gerade ein erdbeben ist gerade ein erdbeben ja es ist gerade ein bärbeben ein bm beben erz wir müssen aufpassen nicht dass sie wieder viecher sind aber dieser erdbeben leute der ist ganz cool der gibt uns ressourcen falls ihr irgendwie schon kommentare geschrieben hat dann tut mir leid wir können leider nicht darauf antworten machen was größere sessions hintereinander ich bin irgendwie ja du mich auch nein ich glaube ich sicher zu schwer irgendwas wird zu schwer also habe ich in dem tat so voll kann es sein sollte ich mich wieder ich bin mit portet werden ja ich bin mit portet ach toooops ich hab kein bock oder ich bin auch ich bin auch gekinkt ich bin auch verregistriert worden ja jetzt haben wir gar nichts mehr ripp hauptsache doch ich hatte richtig viel stuff ich hätte unser haus fertig bauen können wenn wir nicht gestorben jetzt nicht mit tps ja ich wusste ich dass ich mit tp ja wo bin ich jetzt gestorben wo du jetzt gestorben bist ja bei dem dingen sind bei den komischen ja ich bin gleich wieder tot naja nicht total total ist dumm muss wieder übelste anklage rennen ah man muss bald bei äh viertel lake 3 teilen oder wie lake 1 zum hunderten mal ich muss von der restzeit schon ja okay ach ja geh doch weg du denkst ich brauche mir jetzt hier einfach ein haus tops wo denn ja mache ich wo bist du oder du bist hier da oben da ist hier da unten direkt am wasser ja ich nehm' auf tops nein das ist ein riesen ding das ist ein riesen also ein riesenteil das ist ein riesenteil äh hier ist ein schimmern des dingensens oh oh ich hab fast kein leben mehr ich glaub ich muss was essen oder hier ist ein schaf nein bitte komm nein hallo 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 ich bin nicht ich glaub ich bin stuck oh oh wie regenerier ich hatte ich bin stuck glaub ich oder doch nicht okay nevermind hey wie regeneriert man äh essen glaube ich es bringt sich nichts nicht einfach ein bisschen nee du musst gucken es gibt ein paar sachen die dir heilung verschaffen kann ich dieses stück war eine riesigen pils ach hier bin ich eben gestorben okay dass der dich heilen wichtig ist wunder kerze ich werde nicht die hielding du kannst dich hier wenn du gehen einfach hin und pflücken paar sträucher und dann musst du die einfach essen äh jön wo ist denn du wo ist denn jetzt das ding so musst du bist du bist du bist du dich gar nicht ich bin bei lake 1 gewesen aber ich sehe du bist du da vorne bist du ja wo was 300 meter entfernt von mir steh dich nicht wo bist denn du jön 300 meter entfernt ähm da vorne da vorne da vorne da stehen ein paar dings auf patinos du warst grad direkt neben mir was da gerade direkt neben mir ja ich bin tot glaube ich einfach so ein skorpion außen nix aufgekloppt sagt mir so direkt hallo das müssen wir zusammen bleiben deswegen wir hin gerennt du bist wahrscheinlich die falsche richtung gerennt äh ich bin da wo wir eben gespawnt sind bin ich gestorben hier bist du direkt vor mir bist du direkt vor mir äh ah leu ok pass auf wir waren die ganze wo war jetzt unsere hütte warte doch mal auf mich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin hier ganz ruhig johann ganz ruhig mich wissen johann ist es gleich ein bisschen frustriert weil er einfach mitgeportet wurde als ich das letzte mal gestorben bin und das fand ich ja richtig witzig ne johann ich habe dich zu jeden fall das richtig toll warum kann ich nicht sprinten warum du nicht sprinten kannst wahrscheinlich weil du pass auf das ist ein eifer das ist ein eifer 4 wo das ist nicht nicht hallo wirst du unterspringen du hast du das ist das ist das nicht runter springen wenn du runter springst dann stirbst du kann man noch ins wasser gehen der schön nach der springt nach wir müssen aufpassen wir da hinten war noch ein ding ist es wo ist denn unser haus tubs und lass uns einfach ein neues bauen lass uns einfach ein neues bauen ich glaube auch ich meine aber wir müssen aufpassen der raptor wird gleich kommen oder ne der kommt schon nicht ok ich müsste aufpassen weil es ist gefährlich oh feuer 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 nicht feuer eifer eifer das ist ein eifer die ich gesagt habe pass auf das ist ein eifer ich glaube ich bin tot häng ich ihn ab kann ich eigentlich für dich äh dingen sind ich glaube du bist ein bisschen los oder ne ich höre noch was ich bin hinter dir äh drück mal e während du bist du hinter mir tubs doch ich bin hinter dir nein bist du nicht hinter mir tubs was mein Ziel ist du da ich brauche ich brauche jetzt ich brauche jetzt ich brauche jetzt ok leute ich spiel jetzt ganz normal und er spielt solo versteht ihr und da ist ein raptor direkt vor mir darf ich spiel solo ne doch doch ich hab kein bock weiter aus du bist jetzt gespawnt du bist jetzt gespawnt du bist jetzt gespawnt du bist jetzt bei lag gespawnt lag 1 du belegst du jetzt drauf kriegst dann tiefig ok ich bin jetzt auch bei lag 1 hier dann ganz ruhig wo kriegt man aber das stroh von bäumen wo kriege ich denn holz äh stroh das ist eigentlich falsch übersetzt das ist einfach so so boah ähm ja ne 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 da hinten ist ein ich weiß nicht genau wie die viecher heißen aber die das sind das sind das sind große jagdviecher warum muss man gespawnt werden in dem gebiet mit großen jagdviechern leute falls ihr tipps habt oder generell na diebs oh diebs sorry du ich mach mal ich muss jetzt alles wieder lernen wenn du tipps oder muss ich ne muss ich nicht ne 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 du hast ja auch schon alles erlernt topio bitte geh weg lass mich in ruhe ich will nicht mit dir spielen tipps ich sammle jetzt tipps ich sammle jetzt alles zusammen zusammen ok nachher kommst du zu mir ok weiß ja nicht mehr wo du bist ja dann du siehst dich doch 200 meter steht bei mir sich die mann klar an oder wie das heißt ja schon aber irgendwo ich seh dich auch dieser blöde skorpion alter nicht du auch noch da gehst mir der skorpion hundertmal lieber als du blödes dreckst lass mich in ruhe du vieh geh doch weg natürlich hat der angst vor wasser ich weiß irgendwie noch bäume nein bäume kann man glaube ich hacken ich will nicht ich will nicht lass mich in ruhe Gerhard die ärgern mich nein ich glaube ich habe ein safe spot kann man sich im haus verstecken von den dings ja die küche lassen ein ich glaube dann in ruhe oder so ich glaube du bist bei den punkt wo du eben gestorben bist ja ein bisschen weiter nach vorne da wo ich gesagt habe der feuer wo ich vorher war der feuer da willst du dich bauen da würdest du gleich einen raptor in der nähe ne ja aber wenn ich wegrenne sterbe ich wieder ja dann baue dir erstmal eine höhle da keine ahnung ähm leuer betteln die sich da die betteln sich da grad richtig glaube ich oder ich hoffe jetzt erstmal eine axt ja der eifer da alter der zerreißt da Junge das ist ein ganzes rudel und jetzt kommt schon wieder wo ich gerade mal feuerstern Tops wo ich gerade mal feuerstern äh du musst ihn da spitzhacke machen lass mich doch in ruhe oh raptor nein der habe ich nicht gesehen no way wieso bist du an mich leise 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 ok ich glaube ich habe mich nicht gesehen warum will ich einfach alles probieren mich zu töten Tops ok alles Tops alles ist gut ich habe gleich eine hütte da ist nicht der raptor ich schon wieder an mich dran jetzt soll ich mich in ruhe lassen Tops ich habe gleich eine hütte alles ist gut du hast gleich eine hütte gleich hoffentlich ähm du sagst die wahrheit und sagst das nicht einfach nur so äh Fundament einmal herstellen ok jetzt habe ich wieder kein holz mehr äh es ist ich place es direkt hier ja es kann dann nur von oben was kommen aber ist egal aha blöder raptor bist du dumm um hochzukommen ne ja was hast du davon do 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 ich weiß immer noch nicht wo du bist ich das ist warte mal welche karton welcher knopf drückst du um die karte zu sehen m m ja aber ich sehe dich irgendwie nett nett das ding ist vorne ist ein raptor und ein skorpion ich bin jetzt ein level aufgestiegen lang armen johnny ist jetzt ein level hoch gleich erstmal an sleeping bag ja das wäre glaubt das allerbeste kannst du für mich auch einfach ich weiß nicht weiß ich wie viel der kostet überhaupt der kostet leder glaube ich ein bisschen abgelehnt das ding ich habe nicht angst dass ich hinter mir jetzt gleich ein skorpion und sowas kommt vorne ist ein raptor und ein skorpion das heißt ich muss aufpassen wird ja kein wissen wo du bist das ist das doofe weißt du kannst du mich führen ich weiß nicht ich muss jetzt ich brauche feuerstern kannst du weil der spielzeit gemacht und feuerstern kraften ganz probieren aber ich kann nicht versprechen hatte was brauche ich ich brauche okay ich brauche holz bei euch ich brauch stein einsteigen also später kann man auch einfach die dinos reiten und kann man mit den sachen fahren das wird auch mega cool da gibt es welche die mit denen kannst du stein fahren dann welche mit denen du keine ahnung pflanzen wenn wir überhaupt so weit kommen ja ja ich weiß jetzt nicht also mir liegt ja 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 sagen sie alle ich bin der professionellste profi den es überhaupt im professionellen bereich gibt man kriegt schaden wenn man den baum box soll es muss ich hier auch boxen nicht und ist sie können ein stein quelle das stein ein stein bräuch einen einzigen stein jetzt ist ja da wo du wo wir vorhin waren da ist 100 meter entfernt genau in die richtung wurde ganz grenzt ist jetzt jetzt gehst du weiter weg hier meine richtung jetzt geht es weiter weg da aus der riesen wand des tops hinter der riesenwand bin ich kann es sein dass es hier bist du hier jetzt bist du weiter weg jetzt bist du weiter weg viel weiter weg ach du meinst das riesen ding du meinst diese metall in der wand oder jaja eine riesenwand und dieser blöde libelle nervt alter ist richtig ekelhaft die herstellung ich kann immer noch kein markkraft das ding ist dort ist ein skorpion unten sag jetzt nicht du kommst her aus skorpion naja du bist du aus skorpion geh weg hier bin ich bei dir da kommst du immer weiter ja 180 meter jetzt direkt bei mir jetzt kommt ein warte leise 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 muss hören ob der ding ist ja rennt mir nach wahrscheinlich wo bist du bist du bist du leise 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 ich hör nichts muss ja nichts hören ich muss es ja ok alles gut ich habe da so eine kleine klippe der ist da rund unter der klippe aber siehst du hast du steine kannst steine mitnehmen ich nehme ich habe mir gerade gegen kristalle geklappt aber ich nehme steine mit feuerstein habe ich metall stein wissen du jetzt hören die ich eigentlich gar 60 meter bis richtig knapp drehen wir in eine richtung richtung als sie er hatte bis direkt weiter 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 unter der kippe direkt vor der unter der kippe bin ich unter der kippe direkt vor der da ist eine kippe hallo vor der geradeaus ja da ist plattform hallo da hallo hallo da hast du steine kommt runter das ding ist das ist ein bisschen ich kannst du nicht oder kannst du das ganze ding ich stebe ja ich tue es hast du den schlafsack platziert nein einfach leider notbesinger skorpion pass auf nicht drunter springen ok gut ich habe hier stein ich habe das skorpion ist gar weg schon ich habe stein für dich stein ja stein gepupst nur damit das weist alles heute genau erstellung das ist wands ich sagen zweimal herstellen herstellen gibt es den weg nach oben wie man hier hoch rauf kommt oder ist das nur sowas wo man runter kommt ok ok ich weiß wie man hoch und runter kommt ok das ist das da kannst du mir eine achse machen hören unbedingt nach damit ich holz fahren kann weitermal er mache ich gerade achse hergestellt ich habe wie ich eine türe so machen kann also tür rahmen oder tür rahmen und für ok jetzt sollte ich das bauen in rust finde ich viel angenehmer ich sollte ich sollte doch bissel dinge haben ich brauche noch ein bisschen holz ich kann dir gleich die achse geben weil er die achse ist fertig komm her ja komm gib 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 wie kann ich die achse droppen einfach o drauf drücken also genau so zack also das gehe ich das ist eigentlich 3 meint das hier unten ist es nur ein dinge sind es ist ein skorpion oder wie irgendwo da waren skorpion pass auf nicht sterben da kannst du kurz gucken ich weiß nicht aber ob er vielleicht ja er kommt her kommt her zu mir kommt her zu mir ich hoffe der kommt jetzt hier nicht hoch oder so oder das irgendwie eine enorme range hat für rahmen wir brauchen noch eine wand so ich brauche ein warte mal was brauche ich alles ich muss gucken dass ich der schnee 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 eine sperma schau mal so was dann haben wir eine wand haben wir eine hütte mit der tür wir brauchen noch eine wand aber ich glaube für die einen band wichtig machen dass wir gleich ausbauen wie ich sagen das kopion alles gut alles gut das kopion passen ja ich werde das vier jetzt umbringen alter nicht umbringen nicht umbringen chips ich sterbe nicht ich hab ich hab die protaktik stimmt man muss man kann ja noch ableveln gesundheit man kann ja man kann alles upgrade man kann drauf auf stein breit baubob ist level 11 ok breit baubob ich bin lang am john lang lang am lang am johnny johnson glaube ich irgendwie kämpfeier hast du kämpfeier er gibt kämpfeier metal brazer das ist ein teil raptor nein nicht ein raptor schlimmer jörn guck mal runter zum ufer war das ist das was was ich kann fernrohr kraften jetzt jörn kummer pass auf der kommt zu dir glaube ich was kommt die spalte runter euch beruht nicht gut ich hau dann mal ab hier einfach schön nicht gekannt zu haben hätte es war das ein raptor ja das ist ein haustier zubs das ist kein raptor gewesen das war kein raptor jörn das ist das war ein größeres die als ein raptor so wie ein raptor aussieht also du bist du leise doch noch eine wand so wir haben was eigentlich die ganze zeit gekäht also weiß ich doch ein bisschen bauplan das ist unnötig ok tops bin hier oben jetzt siehst du das viel nicht da vorne am ufer das ist ein raptor oder das ist kein raptor jörn das ist ein nein ich glaube der hat dich gespottet oder ne hat er nicht das ist ein freundlicher aber ob da ist kein raptor jörn das ist ein fleisch fresser jaado drinnen kann man sie kap psicke laughter kann und dann aus da kan er sein mal reinstecken kannst du ihn direkt treffen ja es ist das bad man hat bei mir her b b b app b b b app b a m tap Вс nicht eine gute idee war da runter gesprungen wirst ok ärdbeben es regnete bay Seemsight material es ist so praktisch alter dass nicht zu viel aufheben sonst bist du überschwert oder wie es heißt überladen überladen ich mache ich gleich eine box okay das spiel ist so cool das passieren würde wenn es passieren würde würde das wahrscheinlich irgendwie tödlich enden weil so ein riesen stein aus der höhe das auf den kopf kriegen würde würde man sterben ist die ärger ist ein riesen hagel aber wer jetzt lustig wenn einfach so ein riesen trocken runterfallen würde und töten würde oder es wäre es ist na ja es wäre nicht cool das ist sehr witzig da wirklich wenn es wenn ich das papier passieren würde dann wäre das für mich witzig auch er als nämlich zurück das ja am besten das ist das gute in dem haus schau ich kann ich doch nicht richtig ich nicht zu dem ding weil ich habe ich habe keine stein dingskraften alle schau mich an schau mich an schau mich an schau mich an tubs nicht wenn du fix bist du ja ich baue mir meine dings hast doch jetzt holz und stroh ich glaube nicht mehr so viel ich habe nur noch zwei holz in sperr gecraftet ich weiß ja nicht genau kann ich das auch holzacken im beginn das wollte ich eigentlich nicht machen das ganze ring wie holz hacken gehen ja aber das ist ein bisschen gefährlich ich würde eigentlich denken ich will jetzt eine fackel dann weiß ich nicht immer die aber aber ich habe da eine eine stand fackel aber eigentlich warte mal die brauchen ja leder haben ja wir müssen das tut mir leid dodo aber hier da kommt ein dodo runter den kannst du sagen da kommt wirklich den berg so runtergerollt kannst du ihn zerhacken sag mal den dodo jürgen weil da kriegst du leder raus tut mir leid für die ganzen dodo liebhaber da draußen aber die dodo liebhaber die hölle bist du für ein vieh alter tubs kannst du jetzt mal holz hacken mit der axt oder kannst du der axt geben wenigstens es ist ein bär tubs gib mir die axt wieder tubs gib mir die axt wieder nicht zu weit weg rennen tubs gib mir axt und gestein fahrern und ich holz haben ja aber ich würde sagen das machen wir alles in der nächsten folge dann werden wir uns wahrscheinlich auch fertig bauen jetzt wenn meine folge 400 likes schafft dann auch das ist mein schwer das ist manchmal ziehen raus ziehen raus den ernst ich hasse nicht das meine folge in meiner folge 400 likes schafft dann dann werde ich weil ich tubs auch mit der steinschleuder in den kopf dreimal steine reinschwerfen wie es stirbt das werde ich weil wenn man mit russ aufhört rechtsklick zu drücken dann zieht man die waffe wieder ein aber das ist ja da würde ich mir sagen lassen like und haute das machen was ich glaube ich habe heute wieder aufgenommen vor der sheik ich bin auch nicht wert das machen wir noch einen schönen guten Tag ja tschau 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 tschau